Wenn es mal wieder schnell gehen soll und man nichts großartig zur Hand hat, also kein frisches Gemüse, keinen frischen Salat gekauft hat, kann man durchaus auch mal auf Dosen oder Gläser zurückgreifen. Wir machen heute einen Bohnensalat. Man kann ihn aus grünen Bohnen machen oder aus gelben Bohnen. Wir machen ihn heute aus gelben Bohnen, die sogenannten Wachsbrechbohnen. Wir brauchen dafür ein Glas oder eine Dose Wachsbrechbohnen oder gelbe Bohnen. Wir brauchen Zwiebeln. Ich hatte mal wieder ein fleißiges Lieschen, Handwerker oder wie heißen die, Heinzelmännchen. Mensch, helft mir doch mal. Ein fleißiges Heinzelmännchen, was mir die Zwiebeln schon mal geschnitten hat, damit ich hier nicht mit tränenden Augen stehen muss. Die letzte Zwiebel schneide ich natürlich selber. Vorsichtig, damit man sich nicht in die Finger schneidet. Kleine Würfelchen. Wer mag, kann diese Zwiebel auch andünsten. Ganz leicht in der Pfanne glasig dünsten und dann abkühlen lassen und durch den Bohnensalat. Wer es lieber kräftig mag, lässt die Zwiebel so pur. Kleine oder nicht so kleine Würfelchen. Dann brauchen wir gutes Olivenöl. Ein bisschen Inka-Salz. Balsamico-Essig aus Modena Modena. Das ist für mich in der Küche eigentlich, ja, er darf nicht fehlen. Das ist für fein abgeschmeckte Gerichte die absolute Note. Für Dressings, für Salate, also für alles, was man so fein abschmecken will. Ist das super toll. Modena, das müsst ihr euch merken. Nicht monden, Modena. Und natürlich frisch gemahlener Pfeffer. Wir nehmen jetzt ein kleines bisschen von dem Balsamico. Etwas Olivenöl. Unsere vorbereiteten Zwiebel. Etwas Inka-Salz. Kurz vermischen. Und dann den frisch gemahlenen Pfeffer da drüber. Das darf ruhig etwas mehr sein. Bohnensalat schmeckt sehr gut mit frisch gemahlenem Pfeffer. Die Wachsbrechbohnen, also die gelben, die sind auch etwas milder. Da kann man ruhig ein kleines bisschen mehr Gewürze nehmen. Wer grüne Bohnen lieber mag, der nimmt etwas weniger Pfeffer, weil die grünen Bohnen grundsätzlich schon etwas kräftiger schmecken. Das ist ein Bohnensalat, wirklich nach dem Motto einfach kochen. Der ist innerhalb von fünf Minuten fertig. Boah, die Zwiebeln steigen mir total in die Augen. Ich zeige euch jetzt mal, womit man die machen kann. Lustig, was? So etwas, wenn ihr das habt, eine Motorkrossbrille oder eine Brille zum Tauchen. Das haben viele noch von früher. Ihr könnt auch einfach eine Brille nehmen, mit der man schweißen kann. So etwas hat man vielleicht im Handwerkskasten. Das ist auf jeden Fall eine tolle Sache, denn für Bohnensalat braucht man viele Zwiebeln. Und ich muss grundsätzlich heulen dabei. So, der Bohnensalat ist fertig. Das schmeckt am besten, wenn es mindestens eine Stunde stehen kann, damit er richtig schön durchzieht. Danach noch einmal durchrühren. Ja, und dann kann man ihn zum Abendessen essen oder zum Mittag mit einer Scheibe Brot dazu oder mit irgendwelchen anderen Sachen Nudeln, Reiskartoffeln, wie auch immer oder einfach nur ein Butterbrot dazu. Guten Appetit! 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 Vielen Dank.